Hallo und da sind wir wieder bei Minecraft. Wir müssen die X-Off-Folge mal hier Problem beseitigen. Jetzt haben wir hier schon so viel EHC, dass ich hier schon sich erweitern musste. Mittlerweile haben wir hier alles schon dran. Razzle, Monazid, Dunks, alles mögliche was man eigentlich so finden kann, habe ich hier schon mittlerweile drauf. Und da stört etwas. Deswegen müssen wir uns hier eine Lösung finden. Ich hoffe wir finden eine. Hier haben wir dann schon jede Menge Rohstoffe, die kann man dann durchjagen hier. Zack. Da sieht man mal wie schnell das eigentlich geht alles so. Da bekommen wir relativ schnell, wenn man sieht, die ganzen Rohstoffe raus. Es geht wunderbar. Ich bitte über die Leitung gleich hier in unser Router, der Router, sortiert das ein in die Paros. Die Paros sind nicht schlecht, aber sie brauchen ziemlich viel Leistung und der Router, glaube ich, auch. Der braucht am meisten. Und das hakt er dann an einer FPS-Zahl und das stört mich. Das stört mich. Deswegen, ich weiß nicht, den Router weg. Ich weiß aber nicht, ob der das Hauptproblem ist. Das lassen wir dann bitte laufen. Aber das werden wir dann eh sehen. Auf alle Fälle kommt hier mal alles weg. Wir bauen uns hier eine Schmetternlage hin. Da nehmen wir am besten zwar eine Factory. Die Mechanismen ist das irgendwo hier. Da brauchen wir einen Schmetterofen. Schauen wir mal, was wir da haben. So, dann haben wir wahrscheinlich auch nichts da haben. Mal gleich mal ein paar da vorne, ey. So, den hier und den hier. Wie hat's denn jetzt geheißen? Der Furnatze da. Da ist er. Komisch, dass ihr den nicht erkennt. Und gerade jetzt haben wir Basic Factory. Dann gibt's ja die Advanced Factory. Äh, da brauchen wir. Was brauchen wir denn da hier? Diamant Dust. Ähm, welchen Diamant Dust? Mechanism, Dart Craft, Dustville Craft, Electville Craft, also egal. Diamant Dust, zwei Stück. Machen wir gleich hier einen Grinder. Zack. Wüsste er eigentlich gehen, hoffe ich halt. Kommt wahrscheinlich Flicks raus, aber okay, auch egal. Wüsste er vielleicht auch gehen, oder auch nicht. Mal gucken, was er rauskommt. So, man hier noch alles schön ist. Dörtel braucht kein Mensch. Ne, kommt das draus, das passt. Electric Craft. Das ist wunderbar. So, man hier auch Glasblatt. Braucht keiner. Na komm schon. So. Hä? Ja. Da sind wir ein bisschen rumbedroht. Da gibt's schon Update, aber das funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. So, dann haben wir Advanced. Komm raus. Und dann könnten wir eigentlich noch eine Elite draus machen, oder? Da brauchen wir die Atomic. Da brauchen wir noch eine Atomic. Da haben wir da rein. Da fehlt Osmium. Hammer kein. Und deswegen ist halt auch das nächste. Da brauchen wir Osmium Flakes. Deswegen ist es auch irgendwie schade, wenn wir die ganzen Sachen hier durchschmerzen. Mal gucken, wo wir Osmium haben. Schaden Osmium aus. Gute Frage, das war irgendwie dunkler, oder? Ich bin jetzt doof. Mal gucken, wie Osmium aus sieht. Ach hell, doch hell, doch. Sag ich doch. Sag ich doch. Sag ich doch. Also es ging ja von dunkel, wollte ich sagen, eigentlich. Und dann Elite, zack. Den Reihen haben wir. Ein super Elite. Ofen. Was kann ich sagen, geh noch mehr. Ne, Elite ist der höchste. Dann brauchen wir noch Speed Module. Hopp. Fünfmal und Energie. Modulen nehmen wir auch noch ein paar mit. Ich weiß, ob wir das Leersaugen von Energie hier aber okay. Damit müssen wir leben. Jetzt doof. Hallo. Da sind sie. So. So. Da brauchen wir. Advanced Kabel haben wir hier. Und den Rest gucken wir dann mal. Was wir noch brauchen werden. Mal gucken, wohin. Äh, der. Ja, den kann man mal wieder ausschalten. Damit der nicht rumkleppert hier. Hier möchte ich noch ein Schmetterlei und ein ME-System, wo ich hier eigentlich hinbauen. Kommt zuerst. Ich wollte das ganze erstattet den Baros in dem ME-Lager. Die verbrauchen weniger Ressourcen. Ich will das alles erst craften. Okay, das hätte ich auch schon in Vorhinein machen können. Aber okay. Oh, egal. Ich werde jetzt überleben, wenn nicht. Na dann bitte. Gib den Löffel ab. Ist mir doch egal. Zack. Controller. Imi Drive. Zehn Stück. Was brauchen wir in der Mitte? Ein Chest. Keine Chest mehr. Was ist hier los? Dann haben wir die Basic los. Silikon. Äh. Teatrus Quarz. So bleiben wir nicht mehr viel. Ähm. Mal gucken. Wie kann man da... Teatrus brauchen wir denn unbedingt noch? Oh, da kommt das richtige raus hier. Ja. Passt. Kommt schon das richtige raus. Muss nur. So. Ähm. So. 15. Basic. Jetzt haben wir sie. So. Im I-Drive. So haben wir dann noch Crafting Table. Nee, haben wir nicht. Dann Crafting Terminal. Fehlt uns das hier. Und der ist da. S-Con... Irgendwas. Da ist es. Conversion Matrix. Und da fehlt irgendwas. Weißt es nicht mehr. Silikon. Ahum. Zirtu Quarz. Okay. Wir haben gar keinen Zirtu Quarz mehr. Mal hier rüm schauen. Hier haben wir sicher Zirtu Quarz für lex. Hoffe ich halt. äh, Ceratus Quartz müsste ich glaube hier oben gewesen sein. Nee. Karnus. Indium, äh, Ceratus Quartz hier, 3-6-Dex. Ich glaube das sollte genügen. Kann man das weiterverarbeiten? Schmerzen kriegen wir 3 raus, 3. Mhm. Das weiterverarbeiten kriegen wir. Ja. Den hier raus und den können wir wieder weiterverarbeiten. Den Maserator, okay. Ich weiß eigentlich, gegen die Flex auch, als das tue ich. Aber das ME-System erkennt das nicht, deswegen muss ich das doppelt und dreifach machen. Ist nervig, aber okay. Muss ich durch. Dir auch. Das bringt nichts. Die Kiste wollte ich. Okay. Na komm. Hopp, hopp. Komm, hopp, hopp, hopp. Ach, Menno. Die Förderbänder brauchen schon etwas länger. Aber okay. Hammer Zeit. So. Das kann man dann da rein tun und bekommen wir einen Ceratus Quartz. So. Das machen wir dann mit dem Maserator, glaube ich. Oder wie schaut's aus, wenn wir in den Quascha reinhauen? Da kommen wir, glaube ich, was anders raus, oder? Dann kommen wir raus, wenn wir in den Quascha reinhauen. Geht auch okay. Geht auch okay. Hau mal in den Quascha reinhauen. Geht auch das raus, was wir wollen. So. Das hat ziemlich viel schon. So. Ähm. Zack. Eins. Zwei. Mach mal noch drei Stack das draus. Dann machen wir das auch. Hier wollte ich auch noch eine Fernerbrenze machen für den Quascha, okay? Eigentlich. Hab ich auch noch nie gemacht. Na ja, fast mal nicht so schlecht, wenn man das machen würde. So. So. Mal wieder ein Genug Theatus Quartz. Das. Theatus Quartz. Wer jetzt noch rummeckert, der kriegt eins auf die... Sag's mal lieber nicht. Eins mit ins Gesicht, so. Ähm, wir machen das so. So. Kann ich später auch noch machen. Äh. Conversion Matrix. Was fehlt dir noch immer? Hm. Ja. Silikon. Ja. Das Quartz. So. Muss man auch noch durchschmelzen. Ach. Minumino. Umgelaufen hier. Äh. So. Du bist auch hierher. Du bist auch noch gleich durchgeschmolzen da. Aber jetzt dann haben wir alles. Hoffentlich. Uh. So offiziell, das habe ich ja gar nicht reingemacht, oder? Na ja, anscheinend doch. Silikon haben wir jetzt auch jede Menge schon. Das passt. Jetzt braucht er nicht mehr rummeckern jetzt. Hat er genug. Das war doch fast schon zu viel, ey. Konverting Matrix. Genau. So. Crafting Terminal. Zack. Haben wir auch. Dumbommer. Ich weiß gar nicht. Import was. In. Habe ich da kein Rezept. Export. Export ja. In. 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 Ah. expecting. In. In. Igall. In. port. In. In. имости if I wanted man, immer mal mit das wird direkt von der zeit her müsste es nicht noch ausgehen hier wird direkt rein rausziehen tun wir dann mit import bus ach so was redstone fehlt hier ok dort schauen wir das deutsche einheiten eine haben wir noch ein paar freundchen es wird die opel des deutsch einheit eigentlich nix oder wo redstone dann gehen wir mal redstone holen ich glaube dass du wenig redstone 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 hier oben naja so viel haben wir auch nicht aber bisschen was ist es auch das haben wir noch hier kann man schon mal anfangen aufbauen und zwar brauchen wir zuerst mal die das machen wir durch hatten komp ich irgendwo redstone drin nee ne das ist nirgends ok schade ich hätte gleich extra durch gelassen irgendwo um so du kommst mal hier rauf weg da und ich brauche ein dolly habe ich da ein zufällig ne dolly haben wir schnell ein kommt in den Knicks denn wir müssen dann jetzt anfangen hier mal wegbauen gut überlegen hier mein abgibt für die Kiste gar nicht so schlecht von wo du irgendwas haben wir in der Kupfer nehmen wir einfach irgendwas was kein Holz oder selbst nichts in der Kupferkiste das passt auch schon ich bin nie raus geflogen jetzt also das was gerade gekommen ist da haben wir hier mehr Spatze bei dem müssen wir ja deaktivieren wenn wir hier umbauen soo Storgeteinheit Redstone Uuuuua für Redstone kommt da raus bitte kommt auch mehr raus als wer erwartet soo ob man das die Kiste nicht übergeht ach du Kacke na wenn das jetzt nicht reicht dann weiß ich auch nicht dann gänne ich mir nix mehr aus soo da geht nichts gut dann würde ich aber sagen das Rest bauen wir in der nächsten Folge auf was wir jetzt gecraftet haben macht's gut lasst ein Like da Abo teilt das Video und wir sehen uns ciao Leute bis dann 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 Bis zum nächsten Mal.